Götter bestätigt allerdings nicht, dieser israelische Geschäftsmann zu sein, aber streitet es auch nicht ausdrücklich an. Welchen Einfluss Bestechung im Kongo offenbar hatte, machen die US-Dokumente deutlich. Ein heimliches Treffen im Kongo. Einer der Mitarbeiter des Geschäftsmanns verhandelt dort mit einem kongolesischen Anwalt. Es geht um die Klage eines Konkurrenten. Sie soll auf keinen Fall Erfolg haben. Dafür soll der Mitarbeiter vor Ort sorgen. Der Geschäftsmann selbst bleibt als Schrittenzieher im Hintergrund, aber sein Mitarbeiter hält ihn per SMS auf den Laufenden. Ich bin beim Hauptanwalt. Er muss das mit dem obersten Gericht, dem Generalanwalt und dem richterlichen Beamten klären. Er will 500 für offizielle, 300 für Sie, also 800. Für 800 garantieren Sie die Ergebnisse. Sie wollen, dass ich verspreche, dass ich danach noch einmal 100 drauflege. Gemeint sind 100.000 Dollar. Schmiergeld für Anwälte und Richter. Der israelische Geschäftsmann antwortet seine Mitarbeiter sofort. Wir können keinen Mittelweg akzeptieren. Die andere Seite muss hartlich gemacht und komplett erledigt werden. Kurz darauf wird das Gericht im Sinne des israelischen Geschäftsmanns entscheiden. Und die US-Ermittler finden noch mehr heraus. Über diesen Geschäftsmann sollen noch ganz andere Bestechungszahlungen gelaufen sein. In Millionenhöhe. Über 20 Millionen Dollar etwa, allein über eine Firma, die er kontrolliert. Gezahlt an kongolesische Regierungsvertreter. Official 1 und Official 2 werden sie in den Dokumenten genannt. Official 2 lässt sich klar identifizieren. Es ist Katumba und Wonka. Bis zu seinem Tod 2012 galt er als zweitmächtigster Mann des Kongo. Lange Zeit verantwortlich für die Vergabe von lukrativen Minenlizenzen. Er galt als Vertrauter von Präsident Kabina. Und als enger Freund von Dan Götler. Insgesamt kommen die US-Ermittler zu dem Schluss, dass kongolesische Offiziere zwischen 2005 und 2015 mehr als 100 Millionen Dollar Schmiergelder vom israelischen Geschäftsmann und anderen erhalten haben. Seine Methoden hat er offenbar nie verschwiegen. Seinen Geschäftspartnern soll er schon im Vorfeld angekündigt haben, er müsse... ...substantielle Geldbeträge an offizielle der kongolesischen Regierung zahlen, um Zugang zu den attraktiven Gelegenheiten im Minensektor des Kongo zu sichern. Das US-Verfahren macht sehr klar, dass es Korruption und Beschwechung macht. Genauso hat es das Ministerium auch gesagt. Es war Korruption in Reinform. Sie haben nicht drumherum geredet. Sie waren extrem klar. Dan Götler bestreitet, jemals gestochen zu haben. Auf Anfrage schreiben seine Anwälte... Herr Götler weist alle Anschuldigungen von Fehlverhalten oder kriminellem Verhalten vollständig zurück. Die US-Dokumente seien keine glaubwürdige Quelle. Er sei nicht Ziel der Ermittlungen gewesen und auch nie dazu befragt worden. Der Hedgefonds dagegen gibt die Vorwürfe Ende 2016 zu und akzeptiert eine Strafe von mehr als 400 Millionen Dollar. Glencore hat fast zehn Jahre mit Dan Götler zusammengearbeitet. Wie eng machen die Paradise Papers deutlich. In den Daten finden sich hunderte Verträge zwischen Glencore und Götler Firmen. Beide Seiten halten Anteile an denselben Unternehmen. Sie haben zahlreiche Kreditverträge in Höhe von Millionen von Dollar geschlossen. Eine intensive Geschäftsbeziehung. Mit einem Mann, der mit massiven Korruptionsvorwürfen in Verbindung gebracht wurde? Wie kann das sein? Kahn in der Schweiz. Die Glencore Hauptversammlung. Hier legen die mächtigsten Männer des Konzerns Rechenschaft ab über ihre Arbeit im letzten Jahr. Neben Glencore-Chef Ivan Gleisenberg ist auch Tony Hayward da, der Vorsitzende des Aufsichtsrates. Grundsätzlich müssen Konzerne prüfen, mit wem sie Geschäfte machen. Eine sogenannte Due Diligence. Hat Glencore das bei Dan Götler ausreichend getan? Wir fragen nach. Wer ist klar? Denn darf ich fragen, was für eine Art Due Diligence Prüfung Ihr Unternehmen bei Dan Götler gemacht hat? Extensive and thorough. Umfassend und sorgfältig habe man geprüft, sagt Aufsichtsrat Hayward. Experten haben daran Zweifel. Die Berichte waren alle bekannt. Das heißt, sie haben entweder nicht konsequent Due Diligence gemacht, oder sie wussten, mit wem sie sich ins Bett legten. Aus meiner Sicht standen alle Zeichen auf Katastrophe. Es sieht danach aus, als habe es viele Warnzeichen und wenig Untersuchungen gegeben. Das bedeutet für mich, dass durchaus die Schweizerische Bundesanwaltschaft sich die Sache anschauen sollte. So schätzt es der Experte ein. Und die Beziehung zu Götler könnte für Glencore zu einem noch größeren Problem werden. Denn nach Schweizer Recht macht sich strafbar, wer jemandem, der in Bestechung verwickelt ist, Vermögenswerte zur Verfügung stellt. Auch ohne direkten Auftrag. Es reicht, wenn die Firma davon ausgehen muss, dass diese Mittel für Korruptionszahlungen missbraucht werden könnten. Glencore betont, Götler sei ein ganz normaler Geschäftspartner. Alle Geschäfte würden zu marktüblichen Bedingungen gemacht. Die Kredite seien wirtschaftlich attraktiv für den Konzern. Wie Sie sicherlich wissen, haben wir Geschäftsbeziehungen zu Firmen, mit denen Herr Götler verbunden ist. Wir haben in der Vergangenheit Kredite an Firmen vergeben, mit denen Herr Götler verbunden war. Und Firmen, mit denen er verbunden war, haben administrative Tätigkeiten für uns im Kongo durchgeführt. Nichts von alledem macht uns Sorgen. Und wir sind nicht Teil irgendwelcher Ermittlungen. Keine Ermittlungen, keine Sorgen. Aber hat Glencore mit Götler wirklich nur normale Geschäfte gemacht? Der Katanga-Deal in den Paradise Papers wirft weiter Fragen auf. Aber in der Vergangenheit. Ich bin mal los. Ich bin mal los. ivergen.